Dann übe ich hier im Stream für die Motorrad, warte mal, haben wir nicht, gibt es doch bestimmt, Motorrad, Theorie, Prüfung, Online. Hä, ich habe doch einen Führerschein, das muss ich doch nicht nochmal machen, oder? Im Prüfungsmodus wird die theoretische Führerscheinprüfung simuliert. Dieses Verkehrszeichen ist am rechten Fahrbandrand aufgestellt. Welche Bedeutung hat es? Darf man mehrere Sachen ankreuzen? Davor nicht halten, dahinter nicht halten. War es jetzt richtig oder nicht? Nächste Frage. Eine Zone mit absolutem Halteverbot, vorausgegangene Streckfurt, eine Zone mit eingeschränktem. Wie weit muss man beim Parken außerorts vom Andreaskreuz mindestens... Was ist denn das Andreaskreuz? Was ist denn das Andreaskreuz, Leute? Oh. Wie weit muss man beim Parken außerorts? Ich sag mal, die meisten Sachen sind immer 20 Meter, habe ich mal damals beim Führerschein gemerkt. Ah, es sind 50 Meter, okay, shit. Sie fahren auf dieser Straße mit einem Schutzstreifen für Radfahrer. Wie dürfen sie den Schutzstreifen nutzen? Wenn eine Gefährdung von Radfahrern ausgeschlossen ist, darf ich. Siehst du, das gab es zu meiner Zeit noch gar nicht. Den Schutzstreifen bei Bedarf befahren? Ja. Den Rest nicht. Leute, ich muss gar nicht viel üben für die Prüfung. Wo ist das Parken verboten? Da sind wir wieder beim Thema. Seht ihr überhaupt was? Oder ist es zu klein? Wo ist das Parken verboten? Am Fahrbahnrand, wenn hierdurch die Benutzung gekennzeichneter Parkflächen verhindert wird. Am Fahrbahnrand. Vor-Bordstein-Absenkung. Unmittelbar hinter Fußgänger. Am Fahrbahnrand. Und wenn hierdurch die Benutzung, ich glaube nicht. Ich würde so machen. Oh. Falsch. Also, Moment. Wo ist das Parken verboten? Unmittelbar hinter Fußgänger überwiegend? Also darf man parken? Ich dachte... Okay. Wer parkt? Was? Achso. Wer länger als drei Minuten hält? Wer vor einer geschlossenen Bahnschranke länger als drei Minuten wartet? Wer sein Fahrzeug verlässt? Was? Oh, da war was mit drei Minuten. Also das auf jeden Fall. War das auch? Richtig. Stark, Eddie. Bei hohen Außentemperaturen lässt die Konzentration bei langen Fahrten nach und die Unfallzahlen steigen. Welche Maßnahme ist empfehlenswert, damit Sie auch im Hochsommer aufmerksam und sicher fahren? Okay, das sind immer diese komischen Fragen. Das sind so Empfehlungen. Ich glaube, es ist auf jeden Fall, ich plane regelmäßige Pausen ein. Macht natürlich kein Schwein, aber ich nehme ausreichend Flüssigkeit zu mir, ist immer ein guter Tipp. Das andere glaube ich nicht. Ja, siehste. Ja. Wie sollten Sie sich bei einer so gekennzeichneten Gefahrstelle verhalten? Ich sollte starkes Beschleunigen vermeiden, richtig? Einen möglichst großen Abstand zum vorausschauenden, vorausfahrenden Fahrzeug einhalten? Plötzliche Lenkbewegungen vermeiden. Sollte man nicht plötzliche Lenkbewegungen immer vermeiden? Es würde ja bedeuten, dass es eine Frage gibt, wo man antwortet, hier sollten Sie plötzliche Lenkbewegungen machen. Oh nein, es sind alle drei. Siehst du, ich habe es mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Wovon ist der Bremsweg abhängig? Vom Zustand der Fahrbahnoberfläche? Bereifung? Bremsanlage? Nö. Doch. Scheiße. Scheiße, ich bin durchgefallen schon, glaube ich. Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen? Möglichst weit rechts fahren, gleich nach der Kurve kräftig beschleunigen, Geschwindigkeit vermindern. Das ist einfach. Was? Die Antwort war falsch? Möglichst weit rechts fahren, gleich nach der Kurve kräftig beschleunigen, Geschwindigkeit vermindern. Das ist einfach. Bevor Sie in einen Tunnel einfahren, Nebelscheinwerfer einfahren, auch am Tage in gut beleuchteten Tunneln mit Abblendlicht fahren, Sonnenbrille abnehmen. Stark von mir. Sie sind an einem Unfall mit einem Fahrzeug beteiligt, an dem die dargestellte orangefarbene Tafel angebracht ist. Sie sehen, dass aus dem Fahrzeug eine Flüssigkeit austritt. Wie verhalten Sie sich richtig? Fast ein Rollenspiel hier. Ich gebe beim Notruf die Zahlen der Tafel an. Ich vermeide es, den Bereich zu betreten. Richtig. Wie verhalten Sie sich beim Anfahren vom Fahrbahnrand? Wieso sollte ich den Fahrbahnrand anfahren? Rückwärtigen, Verkehr, Blinken. Das sind immer die leichten, immer die vernünftigen Sachen. So, das kann ich übrigens sehr gut, so Vorfahrtsgeschichten, da bin ich stark drin. Das muss ich ganz klar sagen. Könnt ihr das Bild gut sehen? So, kann ich das noch größer machen? So. Welches Verhalten ist hier richtig? An der Haltelinie halten. Ja, ist ja ein Stopp-Zeichen. Den roten Pkw durchfahren lassen, den blauen Pkw durchfallen lassen. Also gucken wir mal. Stopp. Der blaue hat auf jeden Fall Vorfahrt. Also blau ist schon mal auf jeden Fall richtig. Jetzt ist die Frage, muss ich den roten durchlassen, wegen meinem Stopp-Schild? Da muss ich jetzt kurz mal überlegen. Ich komme hier an, er fährt, ich fahre, er fährt, nee. Ich komme ran, er fährt, er fährt, ich fahre. Ich würde sagen, der rote fährt auch vor mir tatsächlich, wegen dem Stopp-Schild. Ich bin nicht hundertprozentig sicher. Fuck. Gott dealing! Deshalb kann überholen auch auf übersichtlichen und geraden Fahrbahnen gefährlich sein, weil ich die Entfernung eines entgegenkommenden Fahrzeugs als zu groß einschätze, mein Überholweg kürzer einschätze, als er ist, die Geschwindigkeit eines entgegenkommenden Fahrzeugs als zu... Also, das kann alles drei passieren. Richtig. Siehst du, das meine ich. Immer die Vernünftigen. Worauf müssen Sie hier beim Rechtsabbiegen achten? Auf den Gegenverkehr? Welcher Gegenverkehr? Nein, da muss ich nicht drauf achten. Auf den Radfahrer? Auf das Motorrad? Muss ich auf den Gegenverkehr achten? Muss man nicht immer auf den Gegenverkehr achten? Nein, ich glaube so. Richtig. Konntest du das Video abspielen? In der Prüfung darfst du das Video bis zu fünfmal ansehen. Erst dann siehst du die Frage, wie verhalten sie sich jetzt? Verzögern und bremsbereit sein, nach links ausweichen, gleichmäßig weiterfahren? Passiert ja überhaupt nichts. Aha, okay, der fährt rein. Verzögern und bremsbereit sein. Und das ist es auch schon. Easy. Nächste Frage. Mit welchem Verhalten von Kindern müssen Sie an Zebrastreifen rechnen? Sie laufen auf den Zebrastreifen ohne auf den Verkehr zu achten. Muss man immer drauf achten bei Kindern. Sie schätzen Geschwindigkeit und Entfernung herannahender Fahrzeuge immer richtig ein und warten am fahrbaren Rand. Sie kehren ohne erkennbaren Grund auf dem Zebrastreifen um und laufen zurück. Muss man damit rechnen, dass ein Kind auf dem Zebrastreifen einfach so umdreht? Bei den meisten dieser Führerscheinfragen gelten Kinder als absolut strunzdumm und machen immer das dümmstmögliche. Deshalb würde ich hier ankreuzen. Und das ist richtig. Da könnte jetzt auch stehen, ja sie machen den Handstand und furzen dreimal Richtung Süden, müsste auch ankreuzen. Bei Kindern in diesen Fragen immer die maximale dümmste Aktion mit einkalkulieren. Sie wollen nach links abbiegen. Wer muss warten? Ich muss warten natürlich. Gar keine Frage. Easy, weiter geht's. Sie kommen an eine Kreuzung, an der sie die Vorfahrtlage nicht gleich überblicken. Wie verhalten sie sich? Nach der Regel rechts vor links fahren, warten, beobachten und sich gegebenenfalls mit anderen verständigen, als geradeaus immer durchfahren. Ja. Rechts vor links. Was? Ich hab noch nie in meinem Leben beobachtet und mich gegebenenfalls mit anderen verständigt. Du, ich, erst ich, dann du, dann er, dann sie. Ist doch Quatsch. Rechts vor links reicht doch. Dafür gibt's doch rechts vor links. Na gut. Was müssen sie bedenken, wenn sie einen Beifahrer mitnehmen? Der Überholweg wird unter sonst gleichen Bedingungen länger. Der Bremsweg wird unter sonst gleichen Bedingungen kürzer. Beim Kurvenfahren ändert sich das Fahrverhalten insbesondere beim Herein- und Herausfahren. Ich würde sagen, die ersten und das letzte. Richtig. Sie möchten überholen. Wie sollten sie sich jetzt verhalten? Ich überhole alle Fahrzeuge in einem Überholvorgang. Ich überhole den blau, ich folge dem blauen Pkw unmittelbar, falls dieser überholt. Ich überhole noch nicht, da der blaue Pkw überholen konnte. Hatte ich gestern die Situation übrigens. Genaue Situation, nur dass ich der Erste hinter dem Langsamen war und mich nicht getraut habe zu überholen, weil mein Auto nicht so viel PS hat und langsam beschleunigt. Dann wurden die hinter mir nervös und haben mich überholt und den langsamen Truck und es gab entgegenkommenden Verkehr. Das war was, sag ich euch. Also, ich überhole alle Fahrzeuge in einem Überholvorgang. Ich überhole den blauen Pkw unmittelbar. Ich folge dem blauen Pkw unmittelbar. Ja, natürlich das Letzte. Immer das Vernünftige wählen. Immer das Vernünftige wählen. Was kann das Pendeln eines Motorrads begünstigen? Einseitige Beladung. Fahren mit hoher Geschwindigkeit. Fahren mit niedriger Geschwindigkeit. Einseitige Beladung. Was? Oh! Komplett falsch. Einseitige Beladung und Fahren mit... Hä? Aber wenn man ganz langsam fährt, dann fängt man doch an so zu wackeln. Hä? Erklärung, Anzeigen. Die Hersteller haben das Pendeln bei modernen Maschinen weitgehend beseitigen, beziehungsweise in sehr hohen Geschwindigkeitsbereich über der Höchstgeschwindigkeit des jeweiligen Motorrads verlagern können. Das Phänomen tritt daher überwiegend bei sehr hohen Geschwindigkeiten auf. Eine ungleichmäßige Beladung verändert die einwirkenden Kräfte und kann ja das Pendeln verstärken. Ach komm. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte hier langsam... Es ist doch so, wenn man ganz langsam auf dem Fahrrad fährt, dann fängt man doch so an zu schlingern. Du kannst ja zum Beispiel ganz schlecht auf dem Fahrrad freihändig fahren, wenn du ganz langsam fährst. Weil wenn du schnell fährst, dann bist du irgendwie stabil, hätte ich jetzt gedacht. Aber gut. Das Auspuffgeräusch ist plötzlich lauter als normal. Was tun sie? Motor, Luftfilter erneuern? Nichts, weil niemand gefährdet wird. Auspuffanlage überprüfen. Da kommt ja immer mal so eine leichte. Der Spiegel ist kaputt. Was machen sie? Ja, Spiegel reparieren. Ja, richtig. Welche Beleuchtungen sind zulässig, damit sie am Tage im Straßenverkehr möglichst frühzeitig gesehen werden? Welche Beleuchtungen sind zulässig? Abblendlicht. Was ist denn das Tagfahrlicht? Tagfahrlicht habe ich ja noch nie gehört. Das klingt aber richtig. Nehme ich. Haha, richtig geraten. Ich lieb's. Sehr gut. So, wie viele haben wir noch? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Fragen noch. Video abspielen. Vorfahrt. Guck mal, das gab's früher zu meiner Zeit nicht solche Videos, ne? Das waren Comics bei mir. Boah, ist der irre? Da würde ich ja... Hoffentlich gibt's als Antwort den zur Sau hupen. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig? Ich fahre gleichmäßig weiter. Ich wechsel auf den linken Fahrstreißen. Ich bremse weiter ab. Also. Hier ist natürlich wichtig zu beachten. Im linken Rückspiegel. Wir können nicht nach links quasi ziehen. Der gibt gerade Gas. Wenn ich jetzt nach links ziehen würde, würde's knallen. Ist also keine Option. Ich fahre gleichmäßig weiter. Würde ich mir tatsächlich in Wahrheit... Ich weiß, es ist falsch. Aber ich würd's mir überlegen. Wenn der da so runterjumpt und mich schneidet, dann würde ich ihm auf jeden Fall einen kleinen Schrecken einjagen, glaube ich. Natürlich nicht offiziell. Würde ich natürlich nicht machen. Ist natürlich nur Comedy, Leute. Comedy. Lustig, lustig. Die Wahrheit ist natürlich, ich bremse weiter ab. Alles andere wäre ja verrückt. Wann sind hier beim Überhol... Wann sind Sie hier beim Überholvorgang besonders gefährdet? Beim Einfahren in den Windschatten des LKWs? Beim Herausfahren aus dem Windschatten des LKWs? Beim Fahrstreifenwechsel nach dem Überholen? Also wenn ich zurückfahre quasi... Ich überhole, fahre zurück. Ach, hier ist noch ein Hinweis. Der Wind kommt stark von rechts... Beim Herausfahren aus dem Windschatten des LKWs und beim Fahrstreifen wechseln. Fuck! Beim Einfahren... Also immer nur rein und raus aus dem Windschatten. Scheiße! Was ist beim Befahren von Kurven in Gefällsstrecken richtig? Was sind denn schon wieder Gefällsstrecken? Was ist beim Befahren von Kurven in Gefällsstrecken? Wenn Sie keinen Gegenverkehr sehen, Ideallinie fahren und ganze Fahrbahnbreite benutzen. Das klingt mir verdächtig. Was ist beim Befahren von Kurven? Vorher so stark abbremsen, dass in der Kurve nicht mehr gebremst werden muss. Kurven so einleiten und fahren, dass Sie auch bei starker Schräglage den Bereich des Gegenverkehrs nicht berühren. Das ist das Richtige. Was? Das mittlere auch! Ah! Ich verkack's. Wozu kann langes Fahren mit höherer Geschwindigkeit führen? Das Gefühl für die Geschwindigkeit lässt nach. Die Reaktionsbereitschaft nimmt zu. Es wird zu dicht aufgefahren. Was kann langes Fahren mit höherer... ...wird zu dicht aufgefahren, weil man lange mit hoher Geschwindigkeit fährt? Vielleicht, ja. Das könnte sein. Ja, richtig stark von mir. So, wir haben wieder ein Video. In der Prüfung laufen wir mal her. Warum dürfen Sie den vor Ihnen fahrenden Bus jetzt nicht überholen? Wegen der fehlenden Fahrbahnmarkierungen, wegen des Motorrads, auf jeden Fall. Wegen des eingeschalteten Warnblinklichts am Bus. Ich glaube tatsächlich, es ist das, weil die Leute dazu neigen, vor dem Bus die Straße zu wechseln, und das saugefährlich ist. Deshalb klicke ich das an, wegen der fehlenden Fahrbahnmarkierung. Glaube ich Quatsch. Richtig. Stark von mir. So, Leute, letzte Frage. Zu viele Fehler. Ach, das war's schon. Mit 35 Fehlerpunkten hättest du die theoretische Führerscheinprüfung nicht bestanden. Nun, Nun, das ist ein enttäuschendes Ergebnis für uns alle. Aber ich muss auch sagen, ich habe jetzt auch nicht gelernt. Es ist jetzt natürlich auch bei mir schon sehr lange her. Und es waren auch ein paar fiese Fangfragen dabei. Ich finde, ich habe bei jeder Frage eigentlich relativ gut kombiniert. Und da hätte ich vielleicht noch ein, zwei, drei Fehlerpunkte, hätte ich mir nochmal am grünen Tisch vom Lehrer geholt. Also weggestrichen. Ja, na gut. Dann halt kein Motorrad.